Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Elex. Mit mir Emi, dem Jax, dem Ray. Wir sind mitten in einem feindlichen Konverter und versuchen jetzt hier diesen Tresor zu öffnen. In Form von Hecken, obwohl wir irgendwo die Codes, ich hab sie irgendwo aufgeschrieben gehabt. Was? Gleich? Was? Aber, 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 was, aber, wie, ähm. Gut, wir geben jetzt irgendwas mal ein. Äh. Oh, wie krass. Ich geb mal irgendwas ein. Oh, geht nicht. Okay, die sechs. Vielleicht kommt die da hin. Was ist das? Passt hier irgendwas? Hier passt nicht alles. Nee, das soll ja kleiner sein. Die sechs kommen nach hinten. Größer als die sechs ist die acht. Kleiner als die acht ist... Nee, Moment, Moment. Oh mein Gott, ich komm hier überhaupt nicht klar. So. So. Eins geht nicht. Vier geht. Oh. Ich hab das gerade jetzt... Raketenwerfer. Uh, der ist noch gar nicht so schlecht. Ähm. Könnten wir sogar benutzen. Oh, gar nicht mal so schlecht hier. Ich wollte euch gerade was erzählen. Ich hab's vergessen, weil der Raketenwerfer mich so abgelenkt hat. Aber wir wollen jetzt die ganzen Converter abschalten. Und sind jetzt in Ignadon. Haben letztes Mal in Tavar schon einen abgeschaltet. Ich weiß nicht. Es sind ja nur noch die, die fehlen. Die, die wir schon haben. Die tauchen in der Liste ja gar nicht auf. Hm. Aber alle Converter werden wir jetzt gar nicht kriegen. Weil wir ja noch gar nicht da, die ganzen... Ne, weil einige sind ja auch in der Eiswelt, ähm, also in Xaqor. Einige, äh, Converter, glaube ich. Und, ja, da kommen wir, glaube ich, gar nicht so wirklich dran. Also müssen wir ein bisschen Laufweg in Kauf nehmen. So, abschalten. Neue Schufe. Ich finde, das Bild sieht immer noch richtig cool aus. Egal, wie oft das kommt. Mal schön jetzt erst mal. Jawoll. Schön abgeschaltet. Auch in Ignadon sind die Menschen jetzt sicher. Was mir ein sehr gutes Gefühl gibt. Und jetzt müssen wir raus. Aber hier scheinen keine Gegner mehr zu sein. Aber es kann auch täuschen. Aber meine Brille sagt mir auf der Minimap nichts. Irgendwie schon komisch. Hallo? Hallo? Nein, nichts und niemand da. Außer einen Machtstoß. Ne, sonst ist hier nichts. Da auch nicht. Gut, gehen wir hoch. Da auch nicht so. Da ist was. Und wir fliegen ganz wieder mal nach oben. Ganz klar. Oh Gott. Eine Zigarette mitten drin. Die wird wohl nass sein, was hier so extrem krass schneit. Brennstoff, Brennstoff, Drohnenkontrolle, Elex-Tran. Kleiner Elex-Tran. Wow. Cool. Wow. Krass. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Ne, es ist hier kalt, Ray. Wir können auch gerne gleich gehen. Wir sind ja hier fertig. Aber ich glaube, Ray ist kalt. Dann sollten wir ja auch mal so schnell es geht verschwinden. Und zwar zu dem nächsten Converter. Wir haben da noch zwei. West-Xarkor und Ost-Xarkor. Das ist der West. Da wären wir schnell da. Erst diesen Teleporter holen. Dann dahin. Und der in Ost wäre, glaube ich, hier. Könnte man dann wirklich hier hingehen. Und von da aus reisen wir dann nach diese Bodendinger, die hier sich befinden. Das ist mal ein Plan, finde ich. Ein cooler Plan. So. Ich denke, aber jetzt müssen wir aufpassen. Dort drüben steht schon so ein Kollege. Abmarsch. Wollen wir noch einen? Da müssen wir langen. Also können wir die Altsschnäbel alle noch wegbomben. Das ist nur einer. Holen wir uns den. Ich hasse Schnee, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute. Ich will hier eigentlich gar nicht so sein. Ich finde diese... Ja, es sieht schön aus, aber... Oh. Der mag uns nicht. Aber so jetzt, dass ich mich jetzt freue, hier zu sein? Mh, mh. Es ist so ungemütlich. Und nicht meins. Oh, da ist noch Elex. Oh, guckt euch da hin an. Da waren wir schon mal. Und trotzdem haben sie wieder neue hingestellt. Aber die lasse ich jetzt mal links liegen. Und... Hoppala, fast vergessen. Was ist das? Ja, komm, wir nehmen den mal mit. Ist aber nicht sowieso. Ist da nicht irgendwo der Kon... Hier, hier müssen wir ihn. Jetzt markieren wir uns. Und da müssen wir den jetzt mal wegbomben. Was ist denn das? Ein Moloch oder was? Egal, werden wir gleich sehen. Oh, das ging eigentlich schnell. Oh, oh. Oh, den habe ich ja gar nicht auf dem Schirm gehabt. Danke, Ray. Danke, danke. Ob man hier ins Wasser reinfällt, wenn man jetzt so gehen würde? Tatsächlich. Ich habe es mal ausprobiert. Sorry. Moloch. Wusste ich es doch. Den räumen wir auch aus dem Weg. So, was. So, was. Ich sehe hier kaum was. Oder wird es dunkel? Oder liegt es einfach an dem Schnee? Oder... Keine Ahnung. Uh, ich muss Nachschub tanken. Da ist was. Oh, da ist noch was. Oder wer? Ein Eisschnabel will uns auch noch ans... Ans Leder. Das Biest kaufe ich mir. Brauchst du nicht, Ray. Ich habe alles außerdem da im Griff. Ich sehe jemanden drin. Jaul. Wie krass ist der Typ denn? In diesen Bunkern kannst du dir sicher gut eindampfen. Ja, mit Sicherheit. Aber... Leute, die Bunker, die lasse ich jetzt mal links liegen. Denn ich weiß, dass wir da noch hinkommen. Wir müssen konkret dort noch rein. Und deswegen lasse ich sie jetzt liegen. Und kümmere ich mich jetzt wirklich nur um die Converter. Zumal ich dann so oder so hin muss. Ob ich jetzt hier jetzt leer räume oder nicht. Muss ich sowieso... Da noch mal hin. Also... Da ich sehe schon den Converter. Aber ich sehe auch andere Dinge. Was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, ich sehe den Teleporter. Da kommt sein Kollege. Das Biest kaufe ich dir. Gut, oder? Aber wir kommen eigentlich ganz gut klar. Auch wenn wir jetzt noch keine Batterie weiterhin geskillt haben, kommen wir doch eigentlich ganz gut zurecht, finde ich. So. Den holen wir uns jetzt. Und das Gute ist, hier speichert es dann auch direkt. Oh Gott, eine Schneeklau. Wir erinnern an Risen, die Schneeklau. Und da sind wir diese Affen gewesen. Aber die waren immer total lästig. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Ja. Uhuhu. So, ab in den Converter, der so ziemlich krass aussieht hier. Man sieht auch kaum was. Gegen wen kämpfen die denn? Schneeklau. Mehrere fliegen mit einer Klappe. Oh. Kampfmaschine, nicht gesehen. Oh, hier geht es doch ein bisschen härter ab. Aber wir haben uns 400 Millionen Tränke gemacht. Hey, nein. Ich wollte eigentlich die Kampfmaschine looten. Und mich hier um diesen... Okay, jetzt muss ich... Das blieb oben. Beide? Nein. Okay, dann erst das, dann das und dann das. Ja, wir werden jetzt die Converter auf jeden Fall abstellen. Ich denke, das ist eine ziemlich... Ziemlich gute Sache. Das ist eine gute Sache. Und die da lasse ich jetzt mal alle links liegen. Ich muss da noch ein bisschen meine... Boah. Der ist hier so gut bewacht, dieser Converter. Krass. Oh, Kampfmaschine. Oh, da kommen noch mehr. Wollen wir mal so? Oh, alle drei auf einmal geht das. Da ist noch einer wohl. Oder? Ist hier noch jemand? Nein, hier unten nicht. Gut. Ihr werdet keinem Menschen mehr was zur Leide tun hier. Absolut nicht. Und dafür werde ich jetzt sorgen. Dafür werde ich jetzt sorgen. Oh, ich bin wieder im Kampf. Das merke ich sofort dran, wenn mein... Wenn der Charakter... Ich speichere mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es doch schneller vorbei sein kann, als geplant. Und... So. Kraft rausholen. Aber seht ihr, ich kann nicht anders. Ich kann hier gar nicht hochfliegen. Also das Blöde ist, dass der Fahrstuhl erst so spät aufgeht. Das heißt, die können schon auf mich ballern. Aber ich kann nichts zurück... Nichts zurück machen. Gut, hier haben wir jetzt alles. Dann ab eine Etage höher. Auch jetzt nehmen wir schön unsere Kraft raus. Ich sehe schon was. Ich sehe schon was. Direkt losballern, ob ich mich treffe oder nicht. Egal. Oh. Ja, dann mach das doch mal schneller. Oh, ey. Oh Gott. Hier ist nichts. Oh, guckt euch das an, wie viele Gegner hier wirklich sind. Auf der Minimap. Ey, das ist doch krank. Oh mein Gott. Das ist so krank. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich mache das so. Gucken, ob ich was treffe. Und ob was rausgerannt kommt. Also, das ist Bewegung. Auf der Minimap ist schon ein bisschen Bewegung. Oh. Erstmal gucken. Okay. So. Das läuft auch ganz gut. Auch wenn ich mich nicht traue, das jetzt zu sagen. Boah. Irgendwas blitzt hier. Ist hier noch jemand? Oder sind die alle oben? Bitte keine Truhe, denn da müsste ich wieder zu... Oh. Fortschrittsbericht. Da ist keiner mehr. Dann kann ich mal das mal eben... Kann man das mal eben lesen? Fortschrittsbericht. Hier unten scheint es doch... Nee, Foto haben wir ja gehabt schon. Nein, nein, nein. Aber das ist viel weiter oben. Da. Irgendwas zum Testen? Huch. Ich hoffe, ihr habt es euch durchgelesen. Ich bin jetzt nur kurz überflogen. Aber das hat mich jetzt nicht ganz so... Na, interessiert. So. Na. Irgendwie konnte ich jetzt nicht klicken. Größer, größer, kleiner. Also. So. So. Nee, die ist größer, ne? Da müssen wir nochmal zurück. Da machen wir jetzt die 7, die 8. Und die 2. 5 und 7 sind an der falschen Stelle. Die 2 kommt gar nicht drin vor. Vielleicht ist es 0. Äh. 7. Nee, die 7 haben wir schon. Dann nehmen wir hier die 5. Größer ist die 7. Und kleiner ist die 4. 0 und 7 sind richtig. 5 muss nach hinten. Also 4 und 5 sind jetzt... Hä? Wieso? Okay. Ich habe, glaube ich, nicht richtig drauf geachtet. Bitte keine Truhe. Bitte keine Truhe. Über... Oha. Ganz viel Elixit. Ähm. Weil ich will nicht andauernd nach unten wieder zurück. weg. So. Jetzt können wir nach oben. Und den Konverter ausschalten. Und ich hoffe, das kriegen wir alles auch lebend hin. Die Drohne ist platt. Oh, das war's hier. Ich habe nicht mit mehr gerechnet. Vielleicht wartet da noch einiges auf uns. Schau... Oh, nein. Oh, bitte. Nicht so lange. Ist hier nichts, was oben bleibt? So. Oh, bitte. Lasst das richtig sein. Nein, die letzten. Oh, Kacke. Okay. Die beiden. Die. So, so lange hin und her. Bis nur noch das. Nee, Moment. So. Oh mein Gott, das war so früh. Ich hoffe, da ist was Gutes drin. Eine Schatulle. Na ja. Boah, 77 alte Münzen. Also wer... Hier ist auf jeden Fall Abzugsbefehl. Lesen wir uns mal vorher durch. Oh. Das sind Sachen, die haben wir auch nicht gelesen. Das sind alles die Missionen, die wir machen. Abzugsbefehl. Hier. Der leitende Ingenieur der Forschungsstation A1 wird in den Eispalast berufen. Es wird mit dem Bau neuer Forschungsstationen begonnen. Ah je. Ist das hier... Sind das hier... Konverter? Sind das deren Forschungsstationen? Oder was komplett anderes. Ich weiß es nicht. Kein Plan. Ich glaube, das war jetzt hier alles. Habe ich... Er lebt noch. Er lebt noch. Okay. Da ist nichts mehr. Können wir ihn abschalten. Boah, 3.675. Aber... Ja, eigentlich so schwer war es jetzt nicht. Aber ich merke an manchen Stellen halt, wenn ich schneller Gesundheit verliere als an anderen. Und da war es hier doch ein bisschen mehr. Dafür von den Gegnern her ein bisschen weniger. Außer drumherum. Aber dieser wird auch keine Probleme mitmachen, dieser Konverter. Ach so, wir wollen ja dann noch meistens nach oben gehen. Stimmt, wir sind ja noch gar nicht fertig. Wollt gerade zum nächsten. Oh, habe ich mir jetzt ein schrockenes Geräusch. Mal gucken, was passiert. Kommt wer oder was? Nein. Nein. Also hier ist doch nichts. Oh Mann. So. Hier ist noch ein Machtzeug. Und dann gehen wir auch hier... Oh, guck mal hier. Hier haben sie diesmal auch was. Hier können Alpgleiter, glaube ich, landen. So, so. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es schon dunkel ist. Oder liegt es wirklich nur an dem Schnee? So. Mal gucken, was hier alles auf uns wartet. Sehr schön. Ich glaube, ein paar Elex-Tränke können wir machen. Oh, das ist der Bericht Teil 2. Alles schön mitnehmen. Zumindest lässt sich das meiste verkaufen noch. Aufzeichnen. S23 ist vorbereitet. Ihr verdammten Scheißkerle! Lasst mich los! Fixiert ihn. Er darf sich nicht bewegen, während wir die Maschine anschließen. Nein! Tu das nicht! Initialisiere Stufe 1. Nein! Bitte nicht! Wow. So, von wo kamen wir denn jetzt? Da hinten ist noch was, oder? Ich weiß jetzt nicht, von wo wir kamen und von wo nicht. Ich hoffe nicht von hier. Ich weiß es nicht. Ich habe gerade die Orientierung verloren. Nee. Von hier kamen wir, oder? Äh, wie viele Konverter sind das? Und, 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 von wo kamen wir? Ich glaube, von hier nicht. Gucken wir mal da lang. Ob man hier rein kann. Nee. Okay, die anderen Seiten sind alle zu. Gut, dann haben wir das erledigt. Und dann geht es weiter nach hier. Das läuft doch mal gar nicht so übel. Wenn wir so ein bisschen heller hätten, wäre es natürlich noch ein bisschen besser. So, ich habe mir noch Markierungen gemacht, oder? Wieso sieht man die? Ach, Moment. Machen wir es anders? So, der Konverter in Oskzakur. Also so viel ist jetzt hier gar nicht mehr. Ja, der Reaktorspule kann ich schon abgeben. Schwerwiegender Verdacht. Muss ich nochmal mit Zardom sprechen. Und das, und das, und die Bohnen. Die Raketenbohnen machen wir direkt hier nach. Und das wird sich auch jetzt irgendwann dann... Also so viel ist gar nicht mehr. So, habe ich es jetzt aktiviert? Jawohl. Nee, Moment. Kommen wir nicht von... Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wollen wir hier um die Ecke? Nee, wir gehen jetzt von hier aus irgendwie darüber. Also zum Eispalast wollen wir nicht, aber... Auf jeden Fall... Hopp. Heilkraut. Dass hier noch was wächst, ne? Bei der Kälte. Aber gut. Ach, du Kacke. Den habe ich gar nicht gesehen, den Moloch. Schlag Ray. Oh Gott, wie die mich hier alle so erschrecken. Okay, okay. Da ist Elex. Das will ich haben. Das will ich haben. Ja, schön. Okay. Oh Gott, wieder sowas langes hier. Äh. Nee. So vielleicht. Oh Gott sei Dank, das war jetzt Glück. Zu einfach. Nein, das war Glück. Zackenspeer. Reißt füchterliche Wunden Munition. Damit man wahrscheinlich bei dem Gegner eine Blutung oder so auslösen kann, gehe ich mal von aus. So ein Schlafsack wäre nicht schlecht, aber ich glaube, in Xakua wird sich keiner freiwillig hinlegen. So, wo müssen wir langen? Da, ne? Gehen wir jetzt hier mal irgendwie schräg. So, geht das? Ich hoffe, es ist euch nicht zu dunkel. Sonst haben wir hier wieder eine Straße. Das ist doch auch mal was. Oh, nee, dem gehen wir jetzt nicht zu nah. So viel wollte ich jetzt hier gar nicht kämpfen. Ich wollte meine Mission erledigen. Jetzt muss ich kämpfen. Ja, schon klar, Kristallratte. Schon klar. Da sind schon die ersten Drohnen. Oh, nee, Schwäinchen. Erledigt. Aber da müssen wir gar nicht hin. Ich glaube, da geht es zum Eispalast, oder? Okay, können wir schon mal einen Blick riskieren. Okay. Aber da wollen wir nicht hin. Also, zum späteren Zeitpunkt auf jeden Fall. Wir müssen jetzt hier lang. Weil wir haben noch einen Konverter. Dann haben wir sie alle... Das Biest kaufe ich mir. Dann sind sie alle erledigt, die Konverter. Ich habe immer noch Kampf... Musik! Nein, genau reingesprungen. Was bist du, Eisgigant? So einen hatte ich schon mal. Die sind krass. Die sind richtig krass. So einen hatte ich schon mal. Ich bin hier sehr ungünstig. Jetzt habe ich gleich keine Muni mehr. Schnell nach da oben. Okay. Nachladen. Wo ist er denn? Sehe ich ihn nicht. Das ist ja scheiße. Boah, die halten schon viel aus, ey. Wie soll man die nur im Zweikampf bedienen? Dann muss man ja... Boah. Nee. Aber das gibt bestimmt gut XP. Werden wir jetzt erleben, oder? Ja. Nee, ja. Wow, ey. Wow. Was war das? Hier war doch was. Nee, nur klettern. Okay. Eisgigant. Ich will ihn ansehen. Ich will ihn anschauen. Der sieht aber aus wie der... Wie der Unhold. Nee. Ach, ich weiß jetzt nicht. Irgendwie so ein komisches Vieh, was wir da hatten. So, der Converter scheint dort zu sein. Noch kann man ihn nicht erkennen. Aber ich glaube tatsächlich, dass es... Äh. Moment. Dass es dunkel ist, zusätzlich noch. Hier sollten wir nicht allzu lange bleiben. Ja, ich weiß, Ray. Mir gefällt es hier auch nicht, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir müssen. Gut. Die kämpfen dagegen irgendwas. Können wir uns mit einmischen. Sie alle platt machen. Oh, den habe ich nicht gesehen, den Drecksack. Okay, ich sollte langsam nicht zu übermütig werden. Nicht zu übermütig werden. Oh, haben wir hier noch einen gehabt? Nee. Okay, nicht zu übermütig werden. Der ist schon mal weg. Da hinten waren noch welche. Ich sehe das doch. Ist da noch etwas? Das Biest kauf ich mir. Okay, war das alles jetzt? Diese Gegend gefällt mir überhaupt nicht. Da ist ein Haus. Aber da wollte ich jetzt nicht rein, Leute. Da wollte ich jetzt nicht rein. Ich hasse diese Gegend. Aber die Beleuchtung ist schön. Oh, was ist das? Wer ist das? Clemens. Ich kann es nicht mehr vollbringen. Kallan. Nimm mich in deine Arme auf. Oh Gott. Ach Gott. Das ist schlimm. Irgendeine Nachricht ist mit da dran gewesen. Seltene Krankheiten. Ach so, das hatten wir ja. Natürliches Wachstum hatten wir auch. Aber wir haben doch jetzt so eine Nachricht, ne? Na, kommt schon runter. Ah, muss ich scrollen. Fortschritts. Ach so, den hatten wir auch noch nicht gelesen. Fortschrittsbericht 2. Bitte schön. Na, kommt schon. Ernsthaft bin ich dran vorbei. Muss man eben leise sein, aber sonst übersehe ich es wieder. Das sind nur die Diebesmissionen, die wir ja im Links gemacht haben. Was war's? Geheime Nachricht dran. Oder das war das, was wir jetzt gelesen haben. Das kann auch sein. Der arme Clemens. Er hat es nicht geschafft. Naja, gut. Wo ist denn der Teleporter? Der ist da drin? Sind hier noch welche? Oben drauf? Ich sehe ja nichts. Oh Gott. Oh mein Gott. Das sind viele. Na schön. Müssen wir machen. Hallo, warum treffe ich die nicht? Da leuchtet es. Wie gesagt, ich will dem jetzt nicht, also ziemlich ungern in die Falle gehen. Oh, das sieht hier cool aus. Teleporter. Oh, das sieht cool aus im Dunkeln. Uh, wie geil. Okay. Gucken, ob wir den da hinten nicht reizen. Wäre schon mal nicht schlecht. Das Biest kaufe ich mir. Oh, da war noch einer. War einer. Nee, Moment. Doch. Sind hier noch mehr? Ich möchte die nicht unbedingt alle locken. Oh, da stehen noch so viele, aber ich bin, wie gesagt, nicht hier, um mich... Oh. Eine E, irgendwas. Gut, gehen wir rein. Gucken, was uns erwartet. Hallo, ist hier jemand? Ich lass mal eine. Nein, gut. Sehr schön. Pass auf, irgendwann werden wir hier, wenn wir mal so reinkommen. Uh. Oh nein. Oh nein. Oh Gott. Oh nein. Gott sei Dank. Oh, die werden immer langs länger, die Dinger. Hammer. Wie viel reines Elex wir haben. Ich schätze, hier passen wir besser auf. Cool. Ob das der heftigste von allen ist? Konverter. Wer weiß, was uns hier erwartet. Auf jeden Fall haben wir dann alle abgeschaltet. Na schön. Aber ich speicher's jetzt. Ist immer besser, es abzuspeichern. Okay. Hier sind wir noch relativ sicher. Und deshalb würde ich sagen, beenden wir hier die Folge. Und ich nehme euch beim nächsten Mal mit, wie wir diesen Konverter beenden. Und, oder ja, das zu Ende bringen, ihn auszuschalten. Wir haben bis jetzt schon einige ausgeschaltet. Dies ist der letzte. Und dann gucken wir, wie es weitergeht. Also, ich freue mich auf euch. Ciao, ciao.